Hallihallo, jetzt machen wir mal ein kleines Intermezzo mit Payday 2 und bei mir sind einmal der Mad Max und der Jens. Das wisst mir nicht, ne? Ja, hallo. Und wenn ich das richtig sehe, brechen wir in eine Galerie ein. Ne, erstmal drücken wir Ready. Danach brechen wir in eine Galerie ein. Das ist ne gute Idee. Ah, das ist schon zu schwer. Ne, klappt sogar. Erstmal doppelte Pistolen. Viel hilft viel. Ah, ich weiß nicht, was ich von dem neuen Update halte, aber ok. Nehmen wir es mal aus. Geht einer von euch an die Kameras, oder? Ja, dann gehe ich eben bei dir oben über die Treppe hoch. Also ich sehe aber zwei Einstiegspunkte. Den, den wir gekauft haben und einen zusätzlichen. Ja gut, dann ist das ja wirklich wie früher. Nur umständlich. Anders. So wie immer, nur anders. Hast du denn irgendwo, wo die Laserstrahlen sind? Das gucke ich gerade. Ja, zwischen, äh, was ist das hier? D, D, zwischen C und D. Also zwei Räume von da aus, wo du gerade bist und dann die anderen drei jeweils. Zwischen C und D. Ja gut, dann... Ja komm, ich mach E und dann sprinte ich bei D rein und werfe die Sachen hoch. G? Dora! So wie die Serie, die du immer guckst. Ah, Dora the Explorer. So, ich bin an der Kamera, ihr dürftet jetzt einiges sehen. Hoffe ich mal. Alter, ich sehe nicht viel außer... Ich glaube, ich komme mal zu dir, oder? Warum? Ich bin im... Kameraraum. Ach, im Kameraraum. Das sah so aus, als wärst du in der Lobby vorne. Ne, ne. Ich hatte schon die Befürchtung, dass sie jetzt neuerdings hier reinkommen. Nein, nein, Overkill, das lassen wir mal. Hat jemanden getötet? Wer hat wen getötet? So, ich dachte, da hätte jetzt jemanden getötet. Ne, das... das Geräusch war doch, dass er ein Blättchen gefunden hat, oder so, ne? Oder was war das? Ne, danach. Aber ich glaube, das war das Fenster. Achso, ja, schon wieder. Das Knarzen. Ah, ok. So, kommst du? Die kann ich auch. Ist das Halle E, ne? Also Halle. Ja, nach Halle. Obwohl, brauchst du nicht, ich bring die Sachen zur Toilette. Cool. Weil Halle ist ja noch easy. Nein, nein. Nein, nein. Da sieht mich jemand. Nein, ok. E ist leer. Wie viele sind in D? Der eine, den ich markiert habe, auf jeden Fall. Optional noch ein paar mehr. Ja? Glaubt, ja. Danke. Wie die Wachen auf die Bilder glotzen und dann nicht feststellen, dass auch immer einige fehlen. Ist ja... Warum auch? Kann ja arbeiten. Der ist nicht da, ok. Und... Hopp. War knapp. Achtung, da kommt einer. Ja, der kommt durch die Wand. Bring das mal kurz hier, ähm... Ok. Das war knapp. Da kommt noch einer. Ok. Können die jetzt neuerdings durch Wande laufen? Ja, das ist dem Realismus angepasst. Ah, ja. Im ersten Leben halt. Ich wusste nicht, dass die David Copperfield jetzt einstellen dürfen. Sind das nur die beiden? Ich frag mal, ob überhaupt noch ein Bild ist, oder? Hast du grad eins? Ja, eins ist mindestens noch da. Eins seh ich noch. Der braucht wirklich nur genau eins. Nein, nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Nein, ok, dann haben wir alle. Komm damit direkt raus. Ok. Wohl das andere in der Zeit schonmal von unten. Sehr gut. Bring ich die beiden schonmal hier zum Hans. Und, alles klar in der Kamera? Ja, wenn ihr jetzt nicht mehr reingeht, dann kann ich ja von der Kamera weg. Hm, doch, wir müssen noch einmal rein. Wir gehen jetzt von der anderen Seite rein. Das waren die ersten beiden Räume. Komm noch. Frei. Hallo, wir wollen das hier direkt perfekt machen. Was soll schon schief gehen? Ah, ich bin raus. Ah. Ah. Genau das. So, also du kannst gern mal in Raum Nummer 3 gucken. Also... C. Halle C, genau. Ja, da guck ich gerade rein. Da geht's jetzt nämlich weiter. Ja, eins hängt auf jeden Fall schonmal in meinem Sichtfeld. Ja, das wäre... Also markieren? Direkt hinter dir jetzt, wenn du da auf der anderen Seite wärst. Achso, ok. Jetzt, da, um die Ecke. Um die Ecke. Eine nackte Frau? Nee, hier ist... Oh yeah. Gib her. Zack, einmal oben, ja. Und, äh... Also wenn du jetzt um die Ecke gehst, das erste Bild auf der Ecke sozusagen einzeln. Ja, genau. So ein rotes Ding. Pass auf, pass auf, da kommt einer. Oh! Markiert. Ew. Was machst du da? Ich würde schießen. Kann ich in einen anderen Raum wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann ja mal mal durchsappen wieder. Zack, 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 zack. Ähm... Der Typ hat aber Ausdauer, der bleibt da einfach mal stehen. Ja. Da braucht ja auch einer. Bei mir nicht. Bei mir kommt er grad auf seinen Penis. Wie der Schatten von oben einfach mal so durch den Raum geht. Wie sieht's im nächsten Raum aus? Äh, zweite, da kommt wieder einer. Die wechseln jetzt... Wie sieht's im nächsten Raum aus, Jens? Schau grad mal. Da ist... Einer. Okay, dann bleib ich jetzt hier. Pfff. Scheiße. Das war nicht gut. Okay. Weiterschießen? Bin bei dir an dem ersten. Mach den. So, okay. Ah, ihr habt ihr noch unter Kontrolle? Gut. Dann. Den kann ich leider nicht machen. Ja, das sind ja zu viele. Okay. Ähm. Ich pack die beiden Gemälde ein und... Die Bilder, die oben sind, pack die schon mal ein. Bin dabei. Also, das war... Ne, das ist noch knapp. Gut. Noch schnell Bilder schnappen und dann raus hier. Jens. Jo, ich bin dabei. Ah, hier ist natürlich nix. Wir brauchen übrigens sechs Bilder im Vergleich zu sonst. Ja, haben wir denn sechs? Ne, eins fehlt noch. Mist. Ah, das liegt oben. Ah, da. Ja. Okay, wir haben es nicht leise hingekriegt, glaube ich. Ah, das geht bestimmt noch. Ja, rennen einfach. Lass einfach. Einfach zum Wagen, zum Wagen, zum Wagen. Haben wir denn genug? Ja, komm. Ja, komm. Ah, verdammt. Verdammt. Da kam einer zu früh um die Ecke. Errungenschaft freigeschaltet. State of the heart. Trotzdem bleib frisch. Was soll's. Hätte besser laufen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Nur weil Falke sich hat sehen lassen. Ja. Weil die Kamera auf dem Damenklo sich wieder so komisch bewegt hat, wussten die genau da ist jemand an der Kamera dran. Ich... Großzoomen. Sind auch so viele Damen anwesend gewesen. Auf dem Klo schon. Mal schön bis gelb und irgendwas mit blau. Wir hatten jetzt was gepostet. Wie, wo gepostet? Hier, TS oder so. Okay. Ich hab dir geschrieben, dass du jetzt einen Cut machen sollst. Achso. Das kann ich nicht sehen, weil dann müsste ich rausgehen zum Spiel. Ja. Ja, dann hören wir uns gleich wieder bei der nächsten. Ja, ich muss das. Okay. Ja, ich muss... Ich muss das.